Und es sind ja schön! Ist ja alles wieder wie die Sache pink! Ist ja alles wieder wie Ketsch! Damien! Kann ihr wohnen? Der Hennymann! Der Hennymann! Na, gefällt dir das? Nö! Ich kann aber die Bäume nutzen! Und die Arme! Na, nur seh das nicht in der Kamera, wenn du zu mir näher kommst! Und? Und? Schulz! Schulz! Kannst du auch schon was auf Französisch sagen? Was? Schulz? Nee! Zum Beispiel Tschüss auf Französisch oder Servus! Auf Wiedersehen! Au revoir! 'm